Ich glaube, die Frage war nach der Translation. Die Frage war nach der roten Karte, wie er die beurteilt. Er sagt, er kann es nicht sagen. Es ist klar, wenn man es eine Million Mal im Fernsehen anschaut, kann man jedes Tackle dann so beurteilen, wie man es möchte, aber er kann es nicht richtig beurteilen. David? Aaron, ich bin in der Gruppe Opener, so man kann es in den Spielen zurückkommen. Aber müssen Sie diese Fehler, wie Aaron's Tackle und Jesse's Backpass, müssen Sie von diesen Lehren lernen, und nicht die weitergehen, wenn Sie das Gefühl haben? Ja, natürlich. Disziplin ist ein großer Teil der Tournament football. Wenn es ein Knock-out-Games war, und wir gehen aus der Runde, weil wir 10-mal sind, ich bin sicher, dass alle sich auswählen. Es ist die erste Spiel der Gruppe, und wir haben viel Zeit, um es zurückzukommen. Aber ja, natürlich, Disziplin ist ein großer Teil der Fußball. In dem Sinne von Jesse, natürlich, kein Fußballer mag Fehler machen, aber es ist Teil und Teil des Spiels. Wir sind Menschen, jeder Fußballer macht Fehler, wir lernen von ihm, er wird lernen von ihm, er wird sich auf den Sonntag bereit sein, denn das ist Teil und Teil des Spiels. Aber ja, natürlich, Disziplin ist ein großer Teil. Die Frage war nach der Disziplin der Mannschaft, und Harry McQuarrie sagt, ja klar, wenn sie jetzt ein Cup-Spiel gehabt hätten, wären sie jetzt ausgeschieden nach diesem Resultat, nach diesen Fehlern, die sie gemacht haben. Aber ja, man muss wieder aufstehen, nach der roten Karte, nach dem Fehler zum Schluss, und das gehört zum Fußball, und sie wollen nächsten Sonntag zeigen, dass sie aufstehen. Final question für Samuel. Der Spielplan würde in der zweiten Hälfte funktionieren, denn du warst viel Druck und ich glaube nicht, dass es einen anderen Schuss gab, nach der roten Karte, nach der roten Karte? Ich glaube, nach der zweiten Hälfte, ich fühlte mich wirklich kontrolliert, ohne den Ball zu sein, ohne den Ball zu sein. Wir könnten mehr auf den Ball zu tun, aber ohne den Ball ich fühlte mich nicht aufstehen. Die erste Hälfte ist wirklich unfassbar. Die deflexion und die ricochete, ich weiß nicht, wie es aufstehen. Der letzte Hälfte ist ein Fehler, was natürlich passiert, aber es ist auch nicht schrecklich. Also, in der Form, ohne den Ball zu sein, ich fühlte mich viel besser als wir nach 3-3 und nach 5-3 waren. Obviamente, mit den counter-attachs und vor allem, wir vielleicht noch ein bisschen mehr haben. Vielen Dank. Vielen Dank.